In der jetzigen Phase, in der es Vertrauen braucht, Zuneigung, Plan, was auch immer, glaube ich, wäre es fatal, wenn man nur für einen Heiko Vogel als Trainer nicht zurückgreifen würde. Bist du überzeugt, dass du mehr aus dieser Mannschaft rauskitzeln kannst? Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft Qualität hat. Mehr als die letzte Saison hat gesagt. Habe ich gesagt, stehe ich auch dazu. Das werden wir noch sehen. Man sieht vieles in der Zukunft.